hallo meine lieben und willkommen zurück auf meinem kanal ja endlich schaffe ich auch ein video zu machen ich habe nämlich anfang des januar schon was hochladen wollen bloß problem war ich wurde über silvester hin krank und jetzt geht es mir wieder besser ich habe nicht mehr dieses husten und alles und ja aber heute wollen wir erstmal meine nägel auffüllen sie sind noch nicht weit rausgewachsen aber es muss gemacht werden weil das gefällt mir also das gefällt mir schon das gefällt mir gar nicht da habe ich ein bisschen rumprobiert und das sollte ich habe einfach ein paar steine ausprobiert und allem drum und dran und es gefällt mir gar nicht also ich finde es potten hässlich und deswegen muss ich die beiden nägel komplett neu machen weil diese großen steine die sind halt in den nagel eingelassen vielleicht sieht man das da so ein bisschen ne also habe ich was rausgefräst und deswegen muss diese beiden nägel neu machen die anderen seht ihr auch kann man schon auffüllen und dann mal gucken was ich drauf mache aber das weiß ich noch nicht und ich entschuldige mich jetzt schon mal wieder für meine nagelhaut und ich entschuldige mich auch für meine nagelhaut das kommende jahr weil ja sie ist für den arsch ich weiß das und ich müsste sie mehr pflegen aber ich bin halt auch ein bisschen sehr vergesslich und ja ich werde jetzt erst mal das fullcover hier abtragen und meine nagelhaut ein bisschen bearbeiten also ich finde es geht na klar diese verletzungen hier und am daumen ist auch wieder sehr schlimm aber das ist weil ich gepult habe ich bin so ein pooler und wenn es mir nicht gut geht dann pulle ich noch mehr und da ich krank war und ach egal werde ich jetzt erstmal abfräsen und dann bin ich gleich wieder da so jetzt habe ich das erstmal abgefräst großartige lifting hatte ich nicht aber die nägel waren ja auch noch nicht so alt meine kaputte haut sieht jetzt noch schlimmer aus weil da ist halt feilschaub drinnen also ich weiß dass mein der nagel schlecht aussieht so aber jetzt nehmen wir erstmal hier den nail prep also ein dehydrator und tragen tragen das auf den naturnagel auf und da kommt ein bisschen viel drauf nicht so wild da habe ich mir ein bisschen weh getan am daumen aber ja passiert sollte nicht passieren aber ist jetzt leider so so dann nehme ich den double tape primer von online hat und der nail prep ist auch von online hat da könnt ihr aber jeden ex-beliebig nehmen mit dem ihr gut klarkommt weil jeder nagel ist unterschiedlich und ja das benutze halt nur ich mir jetzt gerade so jetzt nehme ich den double tape primer streiche ihn schön ab damit mir der nicht in die nagelrand geht so dann setze ich so einen punkt ab naja sieht man nicht so damit das nicht so aus so doll aus und nicht so wow reden ist auch jetzt gerade nicht so meine stärke da wird jetzt ein bisschen material weggebrochen also damit das nicht so in den nagelrand läuft weil das gel was sie danach auf schmiert folgt dem double tape primer das ist gerade ein bisschen also nicht so einfach weil meine niedel halt nicht so weit ausgewachsen sind so an dem ist kann ich jetzt besser zeigen ich gehe mal ein bisschen tiefer weil wir wissen ja meine kamera ist ein bisschen bescheiden abwischen beim abtüpfen dass er nicht zu viel ist damit es halt nicht sofort nach hinten ausblutet nur auf den naturnagel nicht in den nagelrand weil wenn das in den nagelrand reingeht wird das nächste gel was sie dann drauf schmiert diesen folgen und halt auch in den nagelrand rein und das wollen wir natürlich nicht weil dadurch entstehen liftings und liftings wollen wir nicht wir wollen natürlich das unsere nägel schön lange halten ohne irgendwelche liftings ne war ich überhaupt eine kamera ich glaube nämlich eher nicht ich rost ne also nochmal beim kleinen finger dann zu zeigen dass ich vorher einmal so andipp damit das meiste produkt der jetzt noch im pinsel ist schon auf dem nagel ist und mir halt hinten nicht rein blutet so das ist jetzt fertig jetzt nehme ich ein haftgel ich benutze gerade zurzeit noch das sieht auch ein bisschen schlimm aus aber tut mir leid sehen halt zum artikel aus das no lift wonder for all von hanse nail couture finde ich super also mega weil ich benutze es halt noch ihr seht da ist noch mini mini bisschen was drinne und ich will es halt aufbrauchen bevor ich dann noch was neues aufmache ne und dann nehme ich mir hier ein bisschen es tut mir leid dass hier das mache ich jetzt nicht ne ihr könnt das hier so sehen so und dann diese einblutungen das hier was ihr seht unter dem nagel das habe ich immer weil mein nagel mein naturnagel ist da verformt schon seitdem ich ich glaube 14 bin oder so und das ist normal also da ist keine verletzung hinter oder sowas also irgendwie schon das habe ich aber seit jahren und das ist nichts schlimmes so dann dann das auf dem naturnagel ich ziehe das jetzt nicht ganz rüber ich lasse es jetzt noch ein bisschen auslaufen ein bisschen massierenden bewegungen ich muss immer wieder reinkommen mit videos machen wie ich meine hand halte und ein drum und dran das ist schon gar nicht so einfach und das kommt in die lampe und wird komplett ausgehärtet haftgele und allem drum und dran immer komplett aushärten so und solange das aushärt kann ich euch zeigen was für ein gel ich gleich benutze das ist aus der mystic collection heißt das mystic mystery tschuldigung den fehler habe ich letztes mal auch gemacht also wo ich diese gele bekommen habe das gel an sich könnt ihr so nicht im shop kaufen es gab mal eine zeit lang da konnte man ab einem gewissen wahnwert das codewort mystery rein machen und dann hat man vier gele bekommen die halt nicht so käuflich sind im shop und da habe ich das fiberglas baby boomer weil ich mag diesen farbton total gerne also das ist ein echt schöner farbton ich mag das gel auch an sich nur schade dass man es halt nicht so kaufen kann weil dann hätte ich es auf jeden fall getan weil ich das halt echt toll finde vom farbton her von der verarbeitung her und allem drum und dran ich habe ja ein pinsel für klares aufbaugel und eins für eingefärbtes ein pinsel für eingefärbtes und ja jetzt werde ich das hinten einmal drauf kloppen bisschen ausmodellieren und dann muss ich mit dem design überlegen was ich mache weil ich muss euch mal näher ran und ihr müsst euch auch ein bisschen was sehen ne hoffentlich bin ich in der kamera weil jetzt ist nämlich mein handy ein bisschen tief und ich weiß nicht ob ich da nicht gleich über den pinsel gegen kloppen das lasse ich jetzt gleich erstmal anhärten ich muss ihn einmal wieder mit der kammer ein bisschen hoch damit ich an die seiten einmal rankommen hier weil da muss natürlich auch material hin das ist ja klar auf der seite geht das das lasse ich jetzt einmal anhärten ihr seht ja es läuft jetzt nicht in die ränder es ist echt schönes gel also da könnt ihr online hat vielleicht mal überlegen das in den shop aufzunehmen ich würde es kaufen ja könnte jetzt auch noch zwei andere nägel arbeiten oder zwei nägel auf einmal oder vielleicht auch alle vier nägel auf einmal aber ich möchte halt nicht dass es bei mir ein nagelrand läuft deswegen einmal kurz anhärten lassen und dann geht es weiter ich gehe mal wieder runter ich muss mir auf jeden fall ein neues handy holen damit ich dieses hoch und runter nicht mehr mache weil das problem ist das handy ist mir jetzt im weg ich sehe nicht was ich mache deswegen arbeite ich gerade so ein bisschen durchs handy das ist ein bisschen schwierig ich habe hier noch einen grünen rand und alles das kann ich nachher wegfeiern ich muss das doch so umlassen ohne spaß ich musste erstmal wieder reinkommen mit handhaltung dass ihr in der kamera was seht ich weiß auch gerade gar nicht ob ihr jetzt was seht tut mir echt leid ich schmier hier gerade das gehe hier vorne rauf damit ich hier so ein bisschen fließschicht hab mäßig damit das gleich sich schöner verteilen lässt ich lasse einmal kurz anhärten eigentlich mache ich also wenn ich kein video mache mache ich ja nicht alle vier auf einmal aber jetzt ist gerade mit der handhaltung so ein bisschen für den arsch deswegen brauche ich da jetzt ein bisschen länger für ich habe jetzt gerade eben jetzt nur hinten das so ich sage jetzt mal überschmiert damit da geht halt drauf ist und jetzt werde ich gleich noch mal gucken wo ich was nachsetzen muss damit ich den apex richtig ausarbeiten kann ne jetzt habe ich einen ach das war gerade eben ok kleiner finger ist immer ein bisschen beschissen erst recht in der kamera das zu machen deswegen hoffe ich dass ich da jetzt immer schnell durchrutsche damit ihr den finger in der hinsicht skippen könnt oh nein jetzt häng ich mit meinem staubtuch fest oh toll die fussel sind wieder da ich habe eigentlich versucht das heute mal ohne fussel hinzukriegen wirklich ich habe deswegen auch gerade eben mein tisch nochmal entstaubt und nochmal geputzt und ja dann bin ich hier in den staublappen rein toll oh ohne spaß so was passiert ständig 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 so jetzt wollen wir natürlich die fussel sehen da seht ihr die mhm schön ooooh ooooh scheiße so und jetzt gucke ich mal von der seite moment so und da seht ihr natürlich dass ich mir hier noch ein bisschen material fehlt ich mag mein apex ausgearbeitet also es gibt leute die würden sagen neun lass doch so das passt für mein wohlbefinden und ich sage mal meine ästhetik möchte ich das bisschen ausgearbeitet sein nicht jetzt viel mehr und hier vorne seht ihr auch ja wow na klasse ich halte das mal kurz da so und hier vorne seht ihr auch eine delle die ich ein bisschen auffülle weil ich das dann nachher alle schön befeilen kann da ich ja jetzt hier erstmal schon meine fussel eingearbeitet habe das natürlich beabsichtigt war wir müssen das immer verkaufen das ist beabsichtigt sowas das muss auch mal sein ich habe mir das extra vorgenommen für euch heute fussel einarbeiten ist ganz wichtig so guck mal kann ich meine fussel hier so ein bisschen aufbauen mache ich die wieder raus so und jetzt werde ich mir meinen apex ein bisschen ausarbeiten so minimal aber ich muss auch mal selber gucken ich halte jetzt den finger gerade andersrum so und jetzt seht ihr das dass ich jetzt wirklich nicht viel mehr darauf gemacht habe aber das ist jetzt für meine ästhetik halt schöner ne es ist jetzt nicht viel viel mehr aber ich hoffe ihr könnt das sehen vorher nachher mäßig dass es ein bisschen mehr ist aber halt nicht viel viel mehr so und jetzt werde ich die einmal hintereinander machen das werde ich jetzt einmal kurz ohne euch machen weil draußen laufen handwerker rum und meine hündin die bellt hier wie so eine geisteskranke rum und muss mir sagen dass da draußen leute rumlaufen weil ich ja taub bin so dann habe ich da jetzt überall gehe rauf geschmiert hier habe ich mir in den rand gearbeitet weil da waren da ja so kleine rausgebrochene sage ich jetzt mal oder vielleicht schlecht gearbeitet ich weiß es nicht sah rausgebrochen aus äh kleine ne einkerbungen ich habe ich weiß nicht ich wollte gerade ein anderes Wort sagen so ich clean jetzt einmal und mein cleaner ist fast leer und deswegen muss ich es demnächst bald wieder bestellen also wird es bald ein Suchtgefahr-Video geben wo ich bestelle weiß ich noch nicht muss ich mal gucken welcher Shop irgendwas Neues hat oder so oder was mich da noch anspricht und ob werde ich dann ein bisschen schmökern gehen und dann mal gucken vielleicht finde ich irgendwas cooles was Neues oder so weil ohne Spaß Leute ich habe seit ja seitdem ich keine Videos mehr gemacht habe äh nicht so den Bedarf gehabt auch mir neue Sachen zu machen gut vielleicht habt ihr es auch gemerkt es kam zum Schluss sehr wenig Suchtgefahr-Videos weil ich habe viel und das war dann auch nichts was dann neu war was mich gereizt hat oder so wo ich dann gesagt hätte so oh mein Gott ja das muss ich mal ausprobieren ähm und dann war mir das auch dann meist oder wenn da mal was war oder so dann habe ich mir gedacht ja ne für den Preis nö ne das ist auch immer so weil ich das hier alles nur hobbymäßig mache ich verdiene mit den Videos kein Geld ich habe keine Kooperationspartner oder sonst irgendwas das hier ist rein mein Hobby ne und wenn ihr z.B. Werbung seht vor den Videos oder sowas und jetzt denkt haha sie wird doch von der Werbung bezahlt ne das schaltet YouTube selber und YouTube verdient in der Hinsicht damit Geld weil ich meinen Kanal nicht monetarisiert habe also ich ne verdiene hiermit kein Geld deswegen muss ich auch nicht alles kaufen wisst ihr wie ich meine und ja jetzt geht es aber erstmal weiter mit ich werde jetzt meinen Daumennagel mit euch zusammen feilen weil den kann ich halt am besten zeigen denkt das rote denkt das weg warte ich wieso klebt der noch ist doch abgekleinert doch Mensch so und ich feile jetzt mit euch einmal hier den Daumen weil ihr seht ja da diese kleine Kante die ich hatte da ziehe ich dann die Haut so ein bisschen weg und dann kann ich das schön ordentlich wegfeilen warte ich mach mal kurz mach es so seht ihr das das seht ihr da jetzt diese Knöbel kann ich jetzt schön wegfeilen ähm und zwar ich gehe mal kurz hin tut mir leid tut mir leid ich mach es mal kurz so dann müsst ihr das Blut nicht sehen also da ist ja kein Blut sondern die Wunde so und dann geht es halt wieder an die Seitenlinien achtet da drauf dass ihr euch die nicht zu sehr verfeilt meine steigen jetzt ein bisschen an aber nur minimal und ja die halt immer schön gerade niemals zu hoch niemals zu tief und ja so und dann immer zuerst die Seitenlinien mache ich also so gehe ich vor mit den Fallschritten dann gehe ich hier hinten vom Nagelbett längs und flach das so ein bisschen ab tut mir echt leid ne die Handwerker ich dachte eigentlich die sind fertig und dann Nachtlein ist mir ausgezogen dann wird die Wohnung neu gemacht aber die Handwerker sagen das ist mein zweiter Pfeilschritt ne und dann gehe ich an die Seiten aber ich 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 arbeite so rund ihr seht das ja so rund aber ich arbeite dann bis hier ne nicht so weil dadurch könnt ihr euch dann wieder die Seitenlinie verfeilen und das richtig wollen wir nicht und ihr seht ich habe meinen drehen meinen Nagel gerade wird man da schön gleichmäßig hinbekommt jetzt habe ich mich vollgesaugt mit Pfeilstaub schön ihr seht der Nagel ist auch ein bisschen schief an sich selbst ne so ne nicht jetzt wild aufstehen und sagen das ist aber schief das weiß ich so und dann hier eigentlich hätte ich auch meine Stoppubsaugung jetzt hier unter aber die sind ein bisschen laut und das ist dann halt auch noch ein bisschen doof deswegen feile ich auch vielleicht die Nägel einmal ohne euch weil das Problem ist nämlich ich habe jetzt hier überall noch mehr Pflanzen stehen und ja die müssen ja nicht alle voll sein mit Nagelstaub oder mit Kunststoff was ist ja hier Kunststoff muss ja nicht sein deswegen muss ich mir immer mehr angewöhnen immer mehr die Stoppubsaugung zu benutzen dann werde ich mir auch gleich meine Maske aufsetzen weil wir müssen das Plastik ja nicht einhaben mal ob ein Kunststoff ich weiß aber muss ja nicht sein gucken ob ihr irgendwo Dellen habt oder irgendwelche Beulen oder so und ihr das jetzt so Moment kurz in die Hose abschmieren und ihr das so halt nicht sehen könnt wieso stellt das nicht scharf so ist das jetzt scharf gestellt? egal dann nehmt ihr zwei Finger saubere Finger ihr könnt auch Handschuhe anhaben wenn es bei anderen macht habt Handschuhe an damit ihr halt jetzt da die Nagelfette also die Hautfette nicht auf den Nagel schmiert ich mach das jetzt weil ich die Nägel noch nicht versiegele weil ich das Design vielleicht heute Abend oder morgen erst mache so nehmt ihr zwei Finger setzt sie auf den Nagel rauf und fühlt einfach fühlen über irgendwo eine Delle kann auch nur einen Finger machen weil man merkt man spürt das ja schon ist ein bisschen komisch deswegen also ich fahr auch oft über die Nägel so mit dem normalen also mit dem Finger und kann so erfüllen ob da noch irgendwie irgendwas ist und dann guckt ihr von vorne in den Nagel und da oh gut ich deh das gar nicht gut ich muss auf jeden Fall hier noch ein bisschen was wegnehmen ich hab das auf TikTok gesehen dass man so Anleitungen gegeben hat dass man den Nagel mit einen Moment übertrieben gesagt mit einem Edding bemalt aber das heißt ja nicht dass es dann alles perfekt gefeilt ist wisst ihr wie ich meine es kann dann ja trotzdem noch unförmig sein wenn ihr unförmig feilt deswegen benutze ich gerne die Methode mit dem Finger drüber zu fahren machen die beim Frisor ja auch vorne die Haare dass man der Kunde sitzt vor einem und fühlt okay wo ist was länger deswegen guckt dann guckt man auch nicht hin wenn man noch nicht so geübt ist und man spürt das dann und ja deswegen benutze ich halt gerne die Methode von ich fahre rüber und merke ja alles tut hier ziehe ich jetzt gerade die Haut weg dann kann noch ein bisschen ja dann kontrolliere ich nochmal so alle Seiten wirklich von allen Seiten angucken dann habt ihr das eigentlich auch schon gefeilt das ist also kein großes Hexenwerk so dann ist der einen Moment ich gucke mal gerade wo ich einen Pinsel habe wo kein Pigment dran ist weil ich muss meine Pinsel jetzt ja sauber machen ich halte das mal gleich so weg so na gut da braucht Pigment dran schön so und das ist jetzt in der Hinsicht der gefeilte Nagel ich halte den Nagel den hier dahin damit die Verletzungen nicht sichtbar sind ne ich werde nachher nochmal oder ne das muss ich nicht ich gucke nämlich gerade ob ich hier zwischen Naturnagel wenn man das so nach hinten drückt ob ich da so einen dollen Spalt habe so einen dollen Hubbel habe aber das habe ich nicht das kann man so lassen ja und jetzt werde ich einmal kurz das andere befeilen und dann zeige ich euch die befeilten so das ist jetzt erst mal das Pferde Ergebnis ich halte gerade die Stelle so ein bisschen zu und das ist jetzt erst mal der Aufbau und alles hier noch ein bisschen grün dass keiner wegfräsen das ist nicht so wild und ja Aufbau steht Design kann demnächst kommen und ja ich hoffe euch hat das Video gefallen und über einen Daumen Kommentar würde ich mich sehr freuen über ein Abo natürlich auch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Tschüss